generation zero ein game was eigentlich ganz spannend erscheint und ich habe mir gedacht ich will dieses game als spiel man kann sich einfach ein char erstellt ich habe nur einen kleinen clip davon gesehen und das game ist absolut laut in meinen ohren ich muss es jetzt gleich noch mal umändern ja nehmen wir auch mal stand der schwierigkeit automatische schwierigkeit anpassung nehmen wir wie sehe ich eigentlich aus ja dann mal let's go man kann es auch online spielen aber ob das mal ein plan sein wird das werde ich sehen warum geht dieser text so schnell okay aber später anfangen zu lesen aber trotzdem wir starten in schweden irgendwann ausküste scheinbar 14 november du hast mit einigen klasskameraden ein paar tage draußen in scherengarten verbracht abgeschnitten von der welt weiter rückkehr wird euer boot plötzlich vom strand her mit explodierenden projektieren beschossen ihr wisst nicht was euch gefeuert hat oder warum aber ich habe das ans ufer danke dafür dass ich den text nicht lesen darf das sieht auf jeden fall ganz schön aus ich habe keine ahnung was ich machen kann ich habe scheinbar keine hand aber ich habe auch links ist die ausdauer scheinbar bei meinem herz waffen 1 sammelgegenstände 3 ach das sind meine hände ist ja geil die taschenlampe auf f ah ja lesen z wir haben versucht dich zu hause anzurufen aber du bist wahrscheinlich zur station geheilt sobald du den bereitschaftsalarm gehört hast du hast wahrscheinlich bereits genug am hals aber wenn das hier liest macht ihr keine sorgen mama mich und es geht's gut wir werden drüber ins dorf an dort abwarten sei vorsichtig mama und papa das ist wahrscheinlich schwedisch kann ich nicht lesen hier liegt ein roboter also ich habe gehört das hat was mit roboter zu tun die maybe versuchen einzukillen und hier liegt stuff baseballschläger entspannt munition nehmen wir und da was soll alles nehmen perfekt kann ich irgendwie aufladen noch ein bisschen mehr mich umgucken hier schach kann man scheinbar nicht spielen ok mit ham ermin borg der mann den standen fernglas da ist haben wir noch einen spielplatz möchte ich noch nicht zu dem auto gehen was ich mir dabei gedacht habe kann ich nicht sagen wie komme ich in mein inventar oh mein gott warum zur hölle habe ich auf das fass geschlagen das ist falsch mit mir und das sieht so aus als wäre dann roboter der erste ich weiß nicht ob der mich sehen kann oder inwiefern inwiefern da auf mich losgeht eigentlich würde ich noch gerne wissen was hier ist exklusiv behälter ich glaube der hat mich gesehen das den gegner aufmerksam gemacht finder und verstecke oder druck dich ja nie wieder mal nicht weiterhin und machen ex die unsere mission oh f ah wait das ist ein roboter munition für meine waffe ah entspannt was geht ja nehmen wir ich habe nicht gelesen was da links stand ich muss gehen irgendwo hin ich nehme an da wird ein roboter stehen ja oder die sieht mir sehr robotstuös aus die frage ist hat ist der fernkampf oder kann ich einfach mit meinem teil klatschen oh shit oh shit oh mein gott oh äh ja cool jung war das laut heilige scheiße folge der straße um nach einem sicheren ort zu suchen links zu teilen okay auf jeden fall weiß ich die dinger sind auf jeden fall fernkampf und da vorne gammelt schon wieder ein neues okay scheint kaputt zu sein oder auch nicht dodge dodge oh mein gott wie viele scheißschüsse halten die aus holy nehmen wir einfach alles mit papiere lesen brief mit adresse des jägers jemand hat eine sehr stilvolle handschrift folgendes auf den umschlag geschrieben kurt algren bürgners 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 das haus des jägers alles klar mache ich warum liegen die briefe eigentlich hier drin ich muss in die kirche das sieht nicht aus wie ein haus des jägers das sieht aus wie eine kirche okay da gammeln ganz viele und ich bin mir sehr sicher dass wenn ich zu denen hingehen würde die mich komplett weg machen würden oh schick sehen die aus ach die scannen okay da drüben habe ich gleich auch noch welche gesehen oder nein das ist eine bank alles klar so bitte lass hier keinen Viech sein wenn ich jetzt um die ecke laufe hallo frage ist wie komme ich da am besten rein weil wenn ich da jetzt um die ecke gehe da sind Viecher okay dann ab in das haus kirche was auch immer da drüben sind noch die scannenden kackroboter was ist hier fahrzeugstation fahrzeug spawnen nein so hallo die tür machen wir auch direkt wieder zu eigene sicherheit schönes haus kirche was auch immer ah okay wir sind zum bauernhof sternhage gegangen um uns mit den andersons zu treffen geht dorthin johnny ist schon abgeschlossen ab und zu werden sich bereits auf der karte vorgeben gibt es eine karte ach du heilige scheiße ist diese map riesig oh mein gott will ich schon in den kirchturm ja komm vor allem weil hier stuff ist ich denke mir nicht dass da oben ein roboter chillt deswegen run ich da einfach wie so ein psychopath hoch und sterb halt wegen meiner ausdauer um hier original nichts zu finden ja chelic bro ah ein papier ich habe die alte bette an der kirche versteckt wodurch immer versteckt hast als du jung warst erinnerst du dich sie ist geladen jetzt sei vorsichtig ah okay das heißt marcus om tu serdetta ja geil man das heißt hier ist eine waffe versteckt scheinbar glaube ich möchte auch da drin wahrscheinlich oh bro okay ähm die frage ist nur oh wie kannst du mich gesehen haben kommen die hier rein ist die frage drei stück sind es oder oh mein gott wieso sind diese schüsse so verdammt laut oh shit okay einen habe ich oh mein gott oh mein gott dicke ich habe ich weiß nicht ich glaube der eine hat gerade seinen mate zerschossen bro chill oh oh digga piss dich ich glaube das waren alle drei ich glaube das waren nicht alle drei oh shit man kann durchs fenster schießen okay okay es sind es sind viele bro okay äh das ging einfacher als erwartet tatsächlich wo war die waffe die die ich suchen sollte bin ich mir so ganz sicher irgendwo in der kirche ich muss in die kirche oh mein gott bin ich lost bin ich verwirrt vielleicht ja doch hier oben cool war die da vorhin schon ich möchte es eigentlich gar nicht wissen oh shit ich höre was rumlaufen ich wusste dass du dich erinnern würdest du bist als Kind immer hierher geschlichen auch wenn Johnny verursacht sie wegzuschließen ich sage es noch einmal so vorsichtig gehen zurück nach Sternhager ich höre wieder Max rumlaufen ich würde gern Auto fahren ah ich kann Fahrrad fahren oder kann ich das ich meine da fehlt da fehlt ein bisschen was Fahrzeugs bauen ah natürlich alter sehe ich fesch aus mein gott mein gott was ist diese Steuerung oh gott bitte kann ich da einfach drüber kann ich jump ich kann Fahr Junge ok aber nach Westen dann wohl ich hoffe dass einfach kein Roboter hier ist ok da hinten ah da gehen wir erstmal weg wir fahren querfeldein mit so einem geilen Fahrrad kann ich irgendwie wenn ich sprinten drücke schneller fahren ist das ein Fluss ok ich will einfach nicht in den Fluss fahren wer weiß ob ich da bro mein gott nimm dein Fahrrad und weiter geht ich kann mal gar nicht rumschubsen pfff physics mies ich wurde ganz mies ich wurde ganz mies gefunden Fahrerflucht das sind neue die mich jetzt auch gesehen haben fahr doch einfach meine güte ich hab das Gefühl wenn ich lauf geht es schneller gibt's save points alles klar du scheißidiot scheiß auf das Fahrrad what was haben die für eine range ich glaub die müssen das langsam aufgegeben haben aber ich hab immer noch Musik mhm aus Kampf geflohen ach oh mein gott was 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 zur Hölle also der also also der ist dicker ein bisschen oder oder sehe ich das falsch der ist ein bisschen größer und hat ein bisschen dicker größt gewählt heilige scheiße und ein panzer der ist größer als ein panzer der ist größer als ein panzer was ist hier wait der kann mich von da hinten aus aufspüren ich ach du scheiße okay das hört sich auch sehr oh mein gott ich will gar nicht wissen von wo und was für eine range die mich sehen können ich glaub da oben jetzt ein neuer ist wo von wo oh mein gott von wo bro ich hab legit keinen gesehen oh mein gott jorge what the fuck ey bitte nicht ich hab hab ich noch ich hab kein pack mehr ja wir gehen einfach steht da auf einmal ein scheiß koloss hinter mir hat der noch bock auf uns oh mein gott oh mein gott wieso womit hab ich das verdient wo zerschöne maschine auf dem bauernhof steinhage was macht der für geräusche okay das hört sich so an als konnte ich fliehen ich muss aber da fiel ich auf dem ey man darf echt keinen scheiß ton machen die reagieren ja absolut sensibel lass mich hier hoch ey wie woher woher bitte aus kampf geflohen woher du da ja aber du kannst mir jetzt nicht sagen dass wenn ich hier scheiß okay was will er von mir Junge der ist der der macht mich so fertig oh mein gott ich bin halt wirklich fast tot und ich weiß nicht was passiert wenn ich sterbe und es wird dunkel das amused mich gar nicht okay aber die scheinen nur klein zu sein die maschinen hier aber ich ey ich würde es echt cool finden wenn ich mich noch healen könnte bevor ich gegen irgendwen fighte vor allem weil ich nicht so wie vorhin ein Haus habe wo ich drin fighten kann oder diese geräusche trage es machen jetzt erst die tür hier zu so dann kann keiner von hinten kommen what the fuck adrenalin spritze verwenden easy game easy life leben war nie einfacher und der kommt jetzt hier rein kommt ja hier rein oh nachladen bitte nicht spiel bitte 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 oh mein gott ah ok hier habe ich einen ganz guten Spot oder das hört sich nicht gut an ich darf mich zu scannen von wo auch immer ihr mich scannt die scanne ich von außen das macht gar keinen Sinn wir nehmen einfach einen Feuerwerkskörper und werfen den oh mein gott da ist hinter mir einer ich darf nicht dass er rein kommt halb ich mich erschrocken einfach das erste Hilfe Kid danke Spiel ja komm rein komm rein Bro komm rein mach dich weg ok ok letzter last but not least danke ich habe alle und das war das war das war viel zu anstrengend der Scheunenfight dieses Spiel dieses Spiel dieses Spiel ist einfach nur unfair was zur Hölle macht er denn hier hey Bro oh mein Gott ciao Bro bitte lass dir alles zu sein bitte lass dir alles zu sein das sieht sehr zu aus alles ich meine er kann durchs Fenster schießen aber wenn er nicht weiß dass ich hier bin was er nicht weiß macht ihn nicht heiß ja schrei bloß da draußen Rom erstes Hilfe gib mir der kommt hier aber nicht rein der kann nicht die Türen aufmachen oder bitte kann er nicht die Türen aufmachen ich möchte auch eigentlich gar nicht wissen wo der scheiß Mac hin ist wisst ihr das ich möchte es auch eigentlich gar nicht wissen ich möchte einfach nur zu mir ganz ernst der ist hier drin die Frage ist ich meine hier hoch wird er nicht können heilige Scheiße ist er tot? irgendwas anderes hat mich gehört und ich will eigentlich gar nicht wissen was aber der Große scheint ich scheine einen großen Demolus zu haben und da war oh mein Gott das wollte ich nicht da war Stuff drin wie sich sein Bein bewegt hat wait wenn sich sein Bein bewegt kann ich dann eigentlich okay ich glaube das ist der Beweis dafür dass ich denen keinen Schaden machen würde mit so einem hässlichen scheiß Baseballschläger Brennballschläger okay ich weiß nicht wie zur Hölle der hier reingekommen ist aber ich bin froh dass ich ihn komplett weggemacht habe und ich vermute dass das Signal was ich eben gesehen habe also die die Sarnotonen dass er seinen weiteren Maid kontaktiert hat von ihm der maybe mich komplett weghaut okay wir testen jetzt einfach mal was und ich hoffe einfach das funktioniert was macht der hier drin wie zur Hölle kommen die mal in Häuser rein war es das dann auch waren es die beiden ähm was ist eigentlich mit diesem Spiel los hä die verdammte Tür wie sie so sehen die in meinem Haus alter ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ich werde es auch mal weniger oder wie sieht es aus ich sammle die hier wollt ihr mich verarschen das Spiel kann nicht real sein das kann nicht voll real sein das kann nicht voll real sein hä der ist der nächste hat auf ihn mir zu spawnen ist sie wieder zwei oder mein Gott ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht was wollen die eigentlich von mir ich verstehe es nicht die spawnen in meinem Haus warum komm Hm!